Ja, Hallöchen! Tagesmotivation von heute, Berufung. Ich finde das etwas ganz Spannendes, etwas Wichtiges, etwas Wunderwunderschönes, wenn man einfach berufen ist, wenn man wirklich berufen ist zu seinem Beruf, wenn man seinen Beruf liebt, wenn man sein ganzes Leben liebt, alles was man macht und das wünsche ich Ihnen sehr von ganzem Herzen. Ich weiß eines, wir Menschen, wir haben alle eine Berufung. Jeder Einzelne, nur die wenigsten leben ihrer Berufung. Die meisten schaffen irgendwas. Wie heißt es so schön? Ich muss halt arbeiten gehen. Das ist keine Motivation. Das ist auch keine Berufung. Natürlich sollen wir etwas bewegen, aber es soll eine Berufung sein. Etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Etwas, was mir Spaß macht. Etwas, was mir Freude macht. Etwas, was mich weiterbringt. Denn wenn Sie in Ihrer Berufung leben, dann haben Sie ganz, ganz viel Lebensfreude. Und wissen Sie, was das Entscheidende ist? Es fällt Ihnen ganz, ganz, ganz leicht. Es geht Ihnen leicht von der Hand. Es ist kein Krampf. Und das finde ich das ganz, ganz Spannende. Ohne Krampf in der eigenen Berufung zu leben, da kommen Sie in einen Bereich hinein, wo Sie wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen werden. Weil Sie das machen, was Ihnen Spaß macht. Die meisten Menschen machen alles andere als ihre Berufung zu leben. Viele sagen mir, ja, was soll ich dann machen? Irgendwas muss ich doch tun. Das finde ich fatal. Hier möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Lassen Sie sich helfen. Kommen Sie zum Beispiel zu uns, zu den Erfolgsproduzenten. Lassen Sie sich helfen. Lassen Sie sich inspirieren. Auch für Sie gibt es eine Berufung. Das kann man herausfinden. Und dann fangen Sie genau an, Ihre Berufung zu leben. Und ich kann Ihnen einer sagen, Sie haben viel, viel mehr Spaß. Sie haben viel, viel mehr Freude. Und Sie erreichen in Ihrem Leben auch wesentlich mehr. Viel, viel mehr als die Leute, die einfach ein Leben leben, was keinen Spaß macht. Darum, machen Sie sich auf den Weg. Heute noch. Kommen Sie zu einer Entscheidung. Und dann gehen Sie endlich in Ihre Berufung. Okay, in diesem Sinne, alles Liebe und Gute. Tschüss, Ernst Krammerich.